hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren minecraft folge von dem clean master 13 also ich was werden wir heute machen wir brauchen eine zweite schaufel hier wolle nämlich den weg fertig machen das kann ich auch hier mal drüber lassen so dass ich auch wirklich hier zum beispiel den weg eigentlich kann ich noch mal schlafen gehen ich gehe als erstes schlafen nein die sind in meiner nähe oder was weg mich ich gehe jetzt fighten gehen oder was hier jetzt ist auch noch das spät kaputt so rum na los leg dich hin so schreiben wir gute nacht gute nacht ja immer halb acht okay gehen wir mal runter ja guck mal her ja guck mal her hier ja guck mal her hier ist ja weiter eh nichts also können wir hier in Ruhe weiter bauen ja jetzt können wir hier erstmal ein bisschen Sand checken wartet mal ganz kurz jetzt geht ein ganz kurzes Top ich muss was trinken bis gleich schau so und dann bin ich wieder zurück nach dem kleinen Trinken jo also ich musste nicht nur trinken sondern es war ein bisschen länger in Pause weil mein Trainer hat angerufen ob ich heute zum Fußballspiel komme da bin ich einfach hab ich ja gesagt bin ich bin hingefahren so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Natürlich so. Nein, passt nicht mehr gut. Gut, gut, gut. Mein Bereich ist vielleicht alt. Ich muss... Ich muss vielleicht wieder was essen. Oh. Naja. Naja. So, dann da noch ein, da noch ein, da noch ein, da noch ein, da, da. Ja, da oben muss ich auch mal das wegnehmen. Du wolltest richtig episch aussieht, jetzt mal ehrlich. Das ist ehrlich episch. Boah, Alter, was ist das wieder? Boah, Alter, was ist das wieder? Nö, nö, wir haben die Zeit, Alter. Naja. Boah, kommen wir denn hier, ganz schnell mal abbauen. Und was ich eben machen will, vor dem Eingang zum Träumen ist... Boah. 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 So, dann gehe ich mal in das Haus, ja, dann muss ich mir, also mache ich erstmal so die Steintreppen wieder, wegen dem, was ich da angefangen habe, und dann werde ich nur noch weg, soll ich machen, ja, zwar erstmal Eisen, das kann ich dann wieder lösen, nehmen wir die anderen zwei eigentlichen Waren schon raus, Akku und Natur, dann, jetzt wird da rein, dann, die Steintreppen, ich habe immer, dann, ich bin es drücklich, so, ich mache dann das noch, ich mache dann das noch, so, so, ich mache dann das noch, dann lasse ich dir, dann mache ich schon, dann mache ich noch, so, so, geil, dann, genau, so, fast mal, dann Und da noch. So. 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 Ja, ganz gut. Dann... ja... Scheiß, oh... Dann nehme ich mir... Hier, was soll ich? Oh, ja... Dann nehme ich hier das noch weg. Eigentlich... Um ein bisschen besser die Optik zu haben, würde ich hier oben die Erde ein bisschen wegnehmen. Ja... Ja, die Pinnahs noch. Das ist doch so, das ist doch so. Das ist doch so, wir bringen uns in das link... oder was? Da links... Hey, Lungs, ihn bitte nach und halb da! Woa! Ein wirklichvarst du? Das ist doch... Was machen wir? Wir gehen, ja, was machen wir hier? Wir gehen raus. Wir ziehen ab, genau. Dann gehen wir auch noch zu unserem Beutel. Wir ziehen ab, genau. Das heißt, wir gehen. Ja, wir gehen, dass wir hier im Kopf haben. Wir gehen, wir gehen, wir gehen. Ja, so machen wir das. Genau, so machen wir das. Als erstes gehen wir natürlich an unsere Küste. Wir können uns zwei Brote machen. So, da noch eine hin. Und dann vorne noch eine. Und dann drei Brote. Drei Brote. Zinsen dann. Und dann so rein. Und hier. Das muss man gehen. Schau dir, ich schau dir ein, okay. Soll ich das nicht, warum ich das nicht schreibe? So, da wird es nicht so viel steckt. Genau, ich kann mich auf den Seiten. Ja, ja, ich will das auch mal etwas tun. So, ich bin ja irgendwie am Laughnummern Haus. So kann man wirklich erstmal eine Rüstung bauern. Und durchlegen! hmmm ah ehm ehm Ambus kann irgendeinmal bauen irgendwann ich weiß gar nicht wie der geht aber egal ne und das noch und dann das was noch weg ja den Ambus geht das weiß ich gar nicht muss ich mal ausprobieren denn wenn wir bereit sind na komm bam toll schön hin perfekt wow da vorne ist wieder was fertig ok mit anpflanzen dann nehme ich die Schaufel und werde hier erstmal den Sand wegnehmen erstmal ein bisschen Sand dann da noch weiter dann ja so geht das jetzt mal da war ein bisschen sein aber was ich jetzt hier oben denn machen werde ich werde immer ein bisschen Erde noch wegnehmen um die Aussicht ein bisschen besser zu machen und dass wir da irgendwas mal bauen können dann ich würde sagen ich würde sagen ich werde ja noch ein Brunnen bauen also von daher ich weiß noch nicht wo auf der anderen Seite haben wir ja einen kleinen Keiß dann können wir einen hier eigentlich oder weiter innen keine Ahnung das am besten wäre man hätte wenigstens ein Kuss im Dächlern oder so jo auch vielleicht brauche ich denn ja Eisen oder Gold oder so wäre schon besser oder ein hier Zaubertisch den könnten wir ja die ah die Werkzeuge hier verzaubern dass die länger Haltbarkeit sind das wäre auch nicht gut naja ganz schön ja so perfekt jetzt müssen wir noch ein bisschen das was ich jetzt öffnet gemacht habe schaffen wir in der Folge und ähm dann werde ich noch irgendwie Epic Fades opnen weil die Stören nicht richtig da würde ich lapen und so Und mit Auffordierenome die Dile. Hier den Fall ist perfekt. Hier noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen. Dann werden wir diese Abwunder der Toilette drauf nehmen. sind die hochweg und was ich ja bauen will wollte wie man es nennen will ich will ein Dings bauen ein 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 Dings hier wie nennt man das ein Schornstein aber ich weiß noch nicht so deswegen geil wäre es schon in dem Haus jedenfalls was mir aufgefallen ist paar mal schon die letzten Folgen die habe ich ja mit Musik hinterlegt und alles und so und ja ist auch dieses dann gehört es ja ja irgendwie durch den Shailer ist alles dunkler oder so so kommt mir das vor also ich muss mehr Fakten jetzt setzen und das ist mir selber aus der freien entgegen naja das sieht doch schon mal gut aus die noch mal hoch oder leider leer dann werden wir hier mal was anderes machen dann werde ich das hier alles nicht abbauen also runtergehen so hier ist eh weiter nicht so dann werden wir jetzt hier runter bauen also die Erde wieder und dann sage ich schon mal tschüss bis zum nächsten mal wenn es euch gefallen hat Daumen hoch ja dennoch abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten mal tschau